Servus bei AnkaTV und hallo zu diesem Re-Upload. Warum habe ich dieses Video neu abgeloadet? Es geht ja um das Haunted Horror Castle Film Festival, welches übrigens heute stattfindet. Darum habe ich mir gedacht, heute ist ein guter Tag für den Re-Upload. Aber ich habe im ersten Video zwei Dinge drin gehabt, die mich ein bisschen gestört haben und das wollte ich nochmal korrigieren. Erstens habe ich in dem Video den Namen des Ortes, in dem das Festival stattfindet, falsch ausgesprochen. Ich habe gesagt Münden, richtig heißt es aber G-Münden am Main. Und dann habe ich einmal noch das Plakat eingeblendet, beziehungsweise die Filme, die auf diesem Festival gezeigt werden. Und da habe ich aus Versehen den unteren Film weggeschnitten gehabt. Und darum jetzt dieser Re-Upload, in dem eben dieser Film nicht mehr weggeschnitten ist. Und den Namen des Ortes, G-Münden, habe ich somit auch noch korrigiert. Vielleicht sieht man ja den ein oder anderen heute auf dem Filmfestival. Ich wünsche euch auf alle Fälle jetzt viel Spaß mit dem korrigierten Video. Servus bei AnkaTV. Wir wagen uns heute in ein verwunschenes Schloss. Wir sprechen nämlich über das Haunted Horror Castle Filmfestival 2023. Wenn auch du Filmfan bist, dann lass noch ein Abo für meinen Kanal da. Zurücklehnen und los geht's. Das Haunted Horror Castle Filmfestival findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Die ersten beiden Male hat es im Jahr 2022 stattgefunden. Genau hat es am 23.04. und am 26.11.2022 stattgefunden. Warum? Zweimal in einem Jahr. Das erste Mal wurde das Festival aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Darum hat das Festival zweimal in einem Jahr stattgefunden. Und zum dritten Mal findet es jetzt eben im Jahr 2023 statt. Genau findet es am 4.11. statt. Und zwar in Gmünden am Main am Huttenschloss. Aber ich möchte da jetzt ein bisschen weiter ausholen. Zuerst möchte ich dir mal erzählen, wie bin ich überhaupt auf dieses Festival aufmerksam geworden? Ich bin vor einigen Monaten angeschrieben worden und bin gefragt worden, ob ich ein bisschen was zu einem Filmfestival beisponsern möchte. Ich habe dann geantwortet, ja, mein Kanal ist so klein, ich kann nicht viel sponsern. Ich glaube nicht, dass ich da viel beitragen kann. Allerdings, ja, haben wir uns dann auf einen kleinen Betrag geeinigt, sage ich einmal, den ich dann zu diesem Festival beigetragen habe. Ich habe nämlich erst später dann erfahren, dass dieses ganze Festival auf Non-Profit-Basis organisiert wird. Und die Gewinne bzw. die Erlöse aus den Tickets kommen dem Gnadenhof in Adelsberg zugute. Das ist eine Institution, die Tieren einen schönen Lebensabend ermöglichen möchte. Und das ist ja doch eine gute Sache. Und somit hat es mich auch gefreut, dass ich dieses Festival ein bisschen unterstützen kann. Und ich blende euch auch die anderen Sponsoren einmal ein. Und ich muss sagen, ich finde es schon ganz cool, da auf dieser Sponsorliste zu stehen, gemeinsam mit Ply & Pictures, K-Ply Pictures und auch mit dem Out-of-Horror-Magazin. Ja, freut mich auf alle Fälle, dass ich da in einer Reihe mit diesen Sponsoren stehe. Aber ihr seht es, es haben auch noch viele andere einen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Festival stattfinden kann. Organisiert wird dieses Festival von Hagen und Daniel. Hagen sehen wir rechts auf dem Bild und Daniel sehen wir links auf diesem Bild. Die beiden organisieren dieses Festival, wie bereits erwähnt, zum dritten Mal. Also wo genau und wann genau findet dieses Festival statt? Und vor allem, was gibt es dort alles zu sehen? Dieses Festival findet am 4.11.2023 in Gmünden am Main im Huttenschloss statt. Einlass ist ab 18 Uhr und die Filmvorführungen beginnen um 19 Uhr. Ich denke mal, uns erwartet dort so eine Wohnzimmeratmosphäre. Also dieser Kinosaal hat nur 42 Plätze. Also ich denke, das Ganze wird schon recht kuschelig werden. Da diese 42 Tickets aber so schnell ausverkauft waren, hat man sich dafür entschieden, das Festival noch um 28 Kneipenplätze zu erweitern. Was kann man sich jetzt unter so einem Kneipenplatz vorstellen? In diesem Huttenschloss befindet sich noch eine Kneipe. In dieser Kneipe wird dann eine Leinwand aufgestellt und da kann man sich dann die Filme auch anschauen. Diese Kneipenplätze sind allerdings billiger als die normalen Kinoplätze. Die Tickets für die Kneipe kosten 5 Euro und die Tickets für den normalen Kinosaal bzw. Kinoraum kosten 10 Euro. Und noch einmal zur Erinnerung, der komplette Erlös aus den Tickets geht an den Gnadenhof in Adelsberg, der eben dir einen schönen Lebensabend ermöglicht. Und bevor ich es vergesse, unten in der Videobeschreibung habe ich euch alle Seiten zum Hunted Horror Castle Film Festival verlinkt. Also Facebook-Seite, Instagram-Seite, Homepage findet ihr alles in der Videobeschreibung. Wer allerdings noch Tickets haben möchte, den muss ich leider enttäuschen. Das Festival ist dieses Jahr leider schon ausverkauft. Aber schaut es trotzdem einmal auf diesen Seiten vorbei und lasst vor allem ein Abo da, damit ihr dann nächstes Jahr ein Ticket abstauben könnt. Also, was gibt es dieses Jahr auf dem Festival alles zu sehen? Zu sehen gibt es fast ausschließlich Kurzfilme. Zu sehen gibt es den Film Zyst, das ist eine Monstersplatter-Komödie mit einer Gesamtlänge von 73 Minuten. Dann gibt es den Film Der Gollop, das ist ein Monster-Trash-Film, der hat eine Länge von 25 Minuten. Dann gibt es den Film Born Dead, das ist ein Zombiesplatter-Film mit einer Länge von 18 Minuten. Der Regisseur von Born Dead ist ja Simon Spachmann. Und von Simon gibt es ein wirklich interessantes Interview auf meinem Kanal. Vor allem der Teil, in dem er seine Filmprops, also die Filmrequisiten, zeigt, den finde ich wirklich interessant. Ich verlinke euch das Video hinten in den Video-Empfehlungen. Ich finde nämlich, dass dieses Video ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil, wie ich mit Simon das Video gemacht habe, war mein Kanal wirklich noch ganz, ganz klein. Ich glaube, da habe ich noch nicht einmal 100 Abonnenten gehabt. Und darum, finde ich, ist dieses Interview mit ihm so ein bisschen untergangen. Also schaut da wirklich einmal rein. Ist wirklich ein interessantes Interview. Sehr ausführlich. Und wie gesagt, vor allem der Teil mit den Filmrequisiten wirklich interessant. Da zeigt er übrigens auch einige Props vom Film Born Dead, der eben auf dem Festival gezeigt wird. Simon ist bei diesem Festival übrigens live vor Ort und ich werde auch live dabei sein. Dann geht es weiter mit dem Film Max Mustermann, Suizidcoach. Das ist ein Drama mit einer Länge von 22 Minuten. Dann wird noch der Film Nailman gezeigt. Das ist ein Backwood Slasher mit 17 Minuten Länge. Dann haben wir den Film Birth. Das ist ein Alien-Fan-Film. Der hat eine Länge von 6 Minuten. Auch über diesen Film habe ich in einem meiner Videos schon kurz gesprochen. Und zu guter Letzt wird noch der Film Alb gezeigt. Das ist ein Albtraum-Kruselfilm. Und der hat nur eine Länge von 3 Minuten. Es werden also insgesamt sieben Filme gezeigt. Den einen oder anderen dieser Filme kenne ich bereits. Und die ganzen Filme sind aus dem Underground-Independent-Bereich. Und zumindest die Filme, die ich kenne, sind alles Amateurproduktionen. Dann gibt es noch was zu sehen auf dem Festival. Nämlich ein Film-, Foto- und Tonmuseum. Und das kann man kostenlos im Rahmen dieses Festivals besichtigen. Auch das werde ich mir anschauen. Weil ich habe mir auf der Homepage bereits ein bisschen schlau gemacht. Und habe mir angeschaut, was es in diesem Museum zu sehen gibt. Und das schaut doch recht interessant aus. Also das gebe ich mir auf alle Fälle auch. Wir sind aber noch nicht am Ende des Videos. Ich habe nämlich noch etwas, was ich euch zeigen möchte. Ich habe nämlich von den Organisatoren Daniel und Hagen noch ein Paket geschickt bekommen. Mit Dingen, die zu einem gelungenen Filmabend dazugehören. Das Paket war bis oben hin gefüllt. Und das schauen wir uns noch an, was da alles dabei war. Einmal habe ich Popcorn bekommen. Kann man natürlich für einen Kinoabend immer brauchen. Dann ein Haunted Horror Castle Christmas Punch Beer. Auch das kann man bei einem Kinobesuch immer brauchen. Dann waren noch Plakate von dem ersten, zweiten und dritten Haunted Horror Castle Film Festival dabei. Das von dem dritten, also jetzt von dem 2023. Hängt schon schön eingerahmt da hinten. Und das von dem ersten und zweiten Festival habe ich da. Das ist das von dem zweiten Festival. Da seht ihr auch, was da für Filme gezeigt wurden. Und dann noch das Plakat von dem ersten Haunted Horror Castle Film Festival. Auch da seht ihr das Film-Line-Up. Ah ja, und das hätte ich jetzt fast übersehen. Es war noch ein Ticket vom ersten Haunted Horror Castle Film Festival in dem Paket dabei. Als dieses Paket bei mir angekommen ist, habe ich Daniel, also einen der Organisatoren, angeschrieben und habe gefragt, ob sich dieses Paket mit meinem Sponsorbeitrag überhaupt rechnet. Weil ich muss zugeben, mein Sponsorbeitrag war jetzt wirklich nicht riesig. Und er hat ja auch den Versand für dieses Paket von Deutschland nach Österreich zahlen müssen. Es war auch nicht nur eine Tüte Popcorn dabei, sondern es waren mehrere dabei. Es waren auch mehrere Plakate dabei. Es war das Bier dabei. Und er hat dann eben zu mir gesagt, ja, das rechnet sich schon. Aber eben nur, weil sie auf Non-Profit-Basis arbeiten. Und das möchte ich nochmal betonen. Dieses ganze Festival wird wirklich auf Non-Profit-Basis organisiert. Und für Leute, die etwas auf Non-Profit-Basis machen, beziehungsweise kommt der ganze Gewinn eben dem Gnadenhof zugute, da ziehe ich immer den Hut. Weil Festivals zu organisieren, Konzerte zu organisieren oder überhaupt irgendwas zu organisieren, ist meistens viel, viel mehr Aufwand, als es von außen ausschaut. Also wirklich nochmal danke an Hagen und Daniel, dass ihr euch die Arbeit antut und dieses Festival organisiert. Danke nochmal für dieses Paket. Ich freue mich wirklich schon auf das Festival. Und ich freue mich auch, Hagen und Daniel persönlich kennenzulernen. Und vielleicht ist ja auch der ein oder andere von euch dabei. Falls jemand von euch vor Ort ist, schreibt es in die Kommentare. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ich den einen oder anderen aus der Community persönlich kennenlernen würde. Das war's mit diesem Video. Nicht vergessen, wenn du Film-Fan bist, Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Fiat euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.